Herzlich Willkommen auf Mutti Koditschern, ich bin Sauer Laser und heute ein neues Pearl Video und zwar habe ich euch damals ungefähr vor fünf Jahren habe ich euch das erste mal so ein Pearl Klappmesser Bausatz unboxing gezeigt und da hatte ich Part 1 gemacht aber ich habe nie ein Part 2 gebracht kam weil ich einfach ja weil ich einfach keine Zeit mehr hatte und ich möchte das kurz nachholen wir packen heute was neues aus vom Pearl ich wollte aber euch noch kurz dieses kleine Klappmesser zeigen was ich vor fünf Jahren hatte ich habe es jetzt fertiggestellt wie ihr seht sind hier die Noppen drin und ja die Griffschalen angepasst und das ist einfach ganz normales Klappmesser jetzt und ja das war's das liegt jetzt seit fünf Jahren hier in dieser Tasche und mir ist damit nicht passiert war eine nette Sache jetzt gab es von Pearl aber wieder was neues und zwar bin ich bei Pearl also ich finde Pearl allgemein die Firma oder den Vertrieb von diesen Sachen finde ich immer ein bisschen ja ich gehe da mit einer gespaltenen Sache ran manche Sachen sind ganz gut manche Sachen sind der letzte Müll muss ich ganz ehrlich sagen Kartenleser hatte ich mir damals geholt das war der Schrott vorweg also das hat nicht mal einen Tag gehalten da ist das Gehäuse auseinander gefallen oder oder weil die weil die weil die Qualität einfach schlecht ist so jetzt gab es da dieses Messer damals vor fünf Jahren das war gratis und hier habe ich jetzt wieder was gehabt und bei Pearl ist es immer so eine Glückssache was bieten sie dir gratis an und du musst dann halt eben immer den Versand bezahlen und diesmal war das hier so eine USB HD Endoskop Kamera gratis für 4,90 Euro Versand zu dem 4,90 Euro Versand muss ich sagen bezahlt Pearl nur 2,20 Euro gut jetzt kann man noch sagen gut Verpackung etc ja ja ist egal 4,90 Euro hab ich mir gedacht scheiß drauf probierst du aus das ganze hier war aber nicht kostenlos das ganze hat glaube ich noch so 6,90 Euro oder so gekostet ich muss mal kurz gucken zum zusätzlichen Versand noch achso noch kurz hier ans Video angehängt das ganze kommt natürlich auf den Testlaser Kanal und nicht auf den Multikulti Kanal ich hatte mich am Anfang versprochen hier noch mal kurz korrigiert so hier kann ich das mal kurz eben kurz zeigen da sehen wir 6,90 Euro hat die Endoskop Kamera gekostet und 4,90 Euro war der Porto das ganze wurde bestellt oder kam zustande am das ganze wurde am 1.3.2019 bestellt und gekauft wie gesagt für 6,90 Euro plus 4,90 Euro versandt und es wurde am 1.3. gekauft und auch bestellt und es kam hier aber erst am 23.3.2019 an das ist immer so eine Sache bei Pearl ich hatte das auch schon mit dem Klappmesser oder mit anderen Sachen bei Pearl der Versand ist unter aller Sau besonders wenn es diese angeblichen gratis Angebote sind dass der Versand extrem lange dauert bei Pearl aber auch so lange dauert also naja es geht jetzt hier um diese USB HD Endoskop Kamera die ich euch vorstellen möchte die ist nämlich ziemlich geil ich werde euch einen Link unten reinpacken aber nicht von Pearl sondern da wo ihr das ganze günstiger kriegt ähm mittlerweile kostet diese Kamera wieder bei Pearl 25 26 Euro äh von Sumicon ist das hier ne Sumicon und das ganze gibt es auch bei Amazon und von anderen Herstellern und ich werde euch da äh die ähnliche Kamera reinpacken für wenig Geld da müsst ihr so mit 20 Euro rechnen wenn ihr da Bock drauf habt und dann bekommt ihr das gleiche was ist das eigentlich kommen wir da mal drauf das ist eine Endoskop Kamera was ziemlich geil ist das ganze ist das Zubehör hier und das hier und dann ist der Karton leer den können wir jetzt wegwerfen ich habe den auch nur noch für euch aufbewahrt ich habe die ganze nämlich schon mal das ganze Leben schon mal getestet was haben wir hier wir haben hier einen 5 Meter Schlauch der hier äh verwickelt ist wie ihr seht den wir komplett biegen können wie wir möchten das heißt wir können ihn so biegen und dann bleibt er so wir haben hier vorne und da mache ich euch mal ein bisschen heller damit ihr was sehen könnt wir haben hier vorne die Kamera die Kamera hat hier vorne ein Gewinde an der Spitze hier vorne ist die Kamera drin mit den LEDs das heißt da die ganze Geschichte ist hier IP da steht hier auch nochmal IP 6 7 was heißt IP oder IP 6 7 6 heißt in dem Fall dass das ganze hier staubdicht ist und 7 heißt dass die Kamera kurzweilig also kurzweilig nicht dauerhaft kurzweilig unter Wasser getauft werden kann und wieder raus das verkraftet die Kamera äh wer da IP 8 zum Beispiel stehen dann könnte die Kamera ins Wasser getauft werden und dann könnte sie da dauerhaft bleiben und wäre wasserdicht aber hier ist es nur kurzweilig heißt wenn wir hier mal mit ins Abwasserrohr gehen und ihr seht da Wasser und ihr kommt da mal kurz dran oder rein dann ist es nicht schlimm dann könnt ihr sie da rausziehen passiert nichts sagt ihr aber jetzt auch ich lass sie mal da ein Wasser drin bei der Verstopfung bis der Klempner kommt dann kann diese Kamera da Schaden von nehmen ja ansonsten staubdicht ja und dann haben wir hier dieses Kabel was man halt eben biegen kann wie man möchte wie ihr seht wenn ich das so biege dann bleibt das so ich kann das hier auch rumbiegen und so biegen und dann bleibt das ganze so ja das ist also komplett 5 Meter das finde ich richtig stark 5 Meter haben wir hier also sehr langes biegbares Kabel finde ich richtig gut und was macht man jetzt damit ja das ist auf jeden Fall hier der USB Anschluss den steckt man in ein USB Gerät in dem Fall PC Laptop etc und dann könnt ihr mit dieser Indoskop Kamera zum Beispiel in Abflussröhre weil hier vorne Licht ist können wir das ganze auch beleuchten ihr könnt mit dem Zubehör aber auch wenn euch also vielleicht ist es dem ein oder anderen ja schon mal passiert dass euer Schlüssel in den Gulli gefallen ist diese Gullis an den Straßenrändern dann könnt ihr zum Beispiel hier mit dem Haken das ganze wird dann hier mit dem einen Adapter mit dieser Hülse das ganze wird hier eingeklemmt und zwar so dann haben wir hier unten einen kleinen Haken und dann können wir das ich demonstriere das mal eben kurz zack dann schieben wir den runter bis das hier so ein bisschen einrastet und jetzt haben wir die Kamera mit dem kleinen Haken da dran und könnten jetzt zum Beispiel in den Gulli rein mit unserem Kabel was 5 Meter lang ist was ja absolut ausreichend ist ich mach mal wieder dunkler was ja absolut ausreichend ist und könnten hier mit unseren Schlüssel angeln und wieder rausziehen und gleichzeitig könnten wir mit der Kamera sehen wo wir hingehen also das ist richtig stark finde ich cool ist eine coole Sache das ganze ist auch wieder leicht demontierbar wie ihr seht dann haben wir hier aber noch ein anderes Werkzeug das wird hier genauso eingeklemmt und dann haben wir hier vorne ein Magneten das heißt wir setzen hier wieder unseren Adapter drüber und arretieren das ganze natürlich muss der richtig rum rauf so würden das jetzt wieder arretieren und könnten jetzt mit diesem Adapter irgendwie rein und was magnetisch ist rausziehen Geld stellt euch vor euch fährt in den Gulli ein 2 Euro Stück oder halt eben Geld rein oder ein Schraubenzieher oder was weiß ich ihr könnt vielleicht auch euren Schlüssel nehmen wenn der nicht so schwer ist wir können ja mal die Kraft testen kurz aber der Magnet fühlt sich nicht so stark an wenn jemand schraubenzieher ja könnte gehen ihr seht das aber sobald gewackelt wird fällt er ab der Magnet ist nicht so stark muss ich sagen ihr seht das da müsst ihr sehr vorsichtig sein also sehr stark ist der Magnet nicht da würde ich doch eher hier den Haken benutzen aber ich finde trotzdem cool dass das mit dabei ist und dann haben wir noch einen anderen Aufsatz, hier mit einem Spiegel, da ist noch eine Schutzfolie drauf, den kann man hier vorne drauf drehen und dann könnte man zum Beispiel jetzt in den Motorbereich gehen oder wo man an der Seite was sehen muss, also sprich, wenn etwas rund ist, geht ihr rein und ihr wollt jetzt an den Wänden gucken, ob alles in Ordnung ist und dann hilft der Spiegel dabei, das richtig zu beobachten. Dafür ist das hier oder ihr benutzt die Kamera halt eben so und die Kamera hat jetzt nebenbei, wo wir die ganzen Sachen hier mit dem Zubehör erklärt haben, kann man das Ganze nehmen für die Rohrgeschichte, das heißt, wenn ihr jetzt der Meinung seid, euer Rohr ist zum Beispiel defekt am Abguss etc., dann könnt ihr mit der Kamera da reingehen, ihr habt 5 Meter langes Kabel und könnt selber gucken, ob ihr ein Rohrscharn habt und dann wisst ihr, ah, da ist das Rohr zum Beispiel kaputt, holt einen Klempner und sagt dem genau, wo das ist, wie weit und dann minimiert das vielleicht die Kosten, weil der Klempner sofort weiß, wo er hin muss und muss da nicht stundenlang suchen und ihr müsst da für die Arbeitszeit bezahlen. Ja, wofür kann man so eine Indoskop-Kamera aber noch benutzen? Ich habe sie mir geholt für den Autobereich und zwar ist bei mir die Lüftung defekt und also innen drin kam mir, ja, so nicht Styropur, sondern Abdichtungsmaterial an der Lüftung raus und ich wollte jetzt mal mit der Indoskop-Kamera in mein Lüftungssystem im Auto rein und mal gucken, woher das kommt und dementsprechend weiß ich dann, was defekt ist. Man kann diese Kamera aber auch benutzen, um zum Beispiel seine Zylinder zu gucken, um in die Zylinder oben rein zu gehen, um zu gucken, ist mein Zylinder defekt, hat der vielleicht Riefen oder oder, also ihr könnt sie überall benutzen, wo ihr mit so einer Kamera ran müsst. Ihr könnt auch in den Motorraum rein, das Ding ist genial. Ich habe hier mal ein paar kleine Aufnahmen für euch, die habe ich bei Udo gemacht mit unseren Nitro-Motoren und die möchte ich euch gerne mal zeigen und die blende ich mal ein. Ich habe den Ton hier ausgeschaltet, man kann, das Ganze wird mit Ton aufgenommen, sehr gut sogar, muss ich sagen. Und ja, ihr seht ja jetzt gerade die ganze Zeit die Aufnahme, wir haben hier Nitro-Motor zum Beispiel genommen und haben mal in den Vergaser geguckt und ich finde, das sieht richtig stark aus und wirklich sehr gut. Jetzt kommt die Besonderheit dieser Kamera. Dafür nehmen wir mal die Verpackung hier und meinen Raspberry Pi, dann kann ich euch das gleich mal schön zeigen. Wir können das Ganze nicht nur an dem PC benutzen, sondern das finde ich richtig stark. Wir haben hier an diesem USB-Anschluss einmal einen Regler für das Licht, eine Fototaste, um Fotos direkt zu machen und dieser USB-Stick hat hier eine Klappe und die können wir nach hinten klappen. Und da haben wir Micro-USB, dann nehmen wir unser Handy und ihr habt es richtig verstanden, dann nehmen wir unser Handy, zack, schließen hier die Kamera an, natürlich richtig rum, da müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr richtig rum anschließt, zack, dann müsste das hier rot leuchten, dass es mal wieder bei mir nicht tut. Wir haben hier Probleme und zwar bei Udo zum Beispiel an seinem Huawei funktionierte das. Wir haben es angeschlossen, also reingesteckt und das hat sofort rot geleuchtet, aber mit der passenden App, das ist diese OTG-App hier, wenn man da drauf drückt, hat sich das Ganze nicht verbunden. Wie ihr seht, verbindet sich das bei mir auch nicht. Das heißt, das funktioniert nicht, ihr seht, ich habe deutlich Probleme, das Teil zum Laufen zu kriegen und es funktioniert bei mir nicht. Jetzt muss man wissen, dass bei bestimmten Handys es eine USB-Geschichte gibt in dem Android und das muss ich mal kurz heraussuchen. Funktioniert das Ganze wieder mal nicht bei mir. Ich war jetzt gerade hier in dem USB-Konfigurationsteil drin und irgendwie, ich weiß nicht wieso, das ist echt immer eine Glückssache. Mal funktioniert das, jetzt hat es gerade eben kurz geblinkt, hat man glaube ich gesehen. Was ist das? Das ist also komplett bescheuert irgendwie. Wieso das jetzt nicht funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Sonst funktionierte das immer bei mir. Jetzt funktioniert es komischerweise nicht mehr. Ich weiß nicht, das ist echt so eine Glückssache. Jetzt habe ich es zum Laufen gekriegt. Das hat richtig lange gedauert. Wir sehen das anhand des Leuchtens hier. Das ist wirklich sehr nervig. Also ihr spielt hier dran rum. Ich habe das mal eben kurz vorgespult hier reingeschnitten für euch. Das ist nicht schön. Also die Funktionalität ist wirklich mangelhaft. Bei mir nach ein paar Mal rein, raus, rein, raus, rein, raus, jetzt geht es. Dann drückt ihr hier auf das Verbindungssymbol und dann öffnet auch sofort die Kamera. Bei Udo zum Beispiel an seinem Huawei-Handy hat das überhaupt nicht funktioniert. Also ihr habt da drauf gedrückt, es hat geleuchtet, aber die App hat das nicht gestartet. Wie ihr seht, bei mir funktioniert das Ganze. Wir haben jetzt hier die Kamera und was man sofort entdeckt ist, dass wenn wir auf die Sache hier zum Beispiel drauf gehen, sehen wir das ultra scharf. Ultra scharf aufgelöst, funktioniert richtig gut. Und das übers Handy, was schon mal richtig stark ist, weil ihr braucht kein Labby. Das heißt, ihr geht ans Auto, wenn die Kamera mal funktioniert, das ist halt eben Glückssache. Deswegen werde ich euch ein paar andere Hersteller mal unten reinpacken, vielleicht funktionieren die ja besser. Nehmt das Handy, steckt das an und könnt ihr mit dem Indoskopgerät direkt am Auto gucken, im Motorraum, vielleicht eine Schraube suchen oder oder. Und dafür finde ich es ultra praktisch. Jetzt möchte ich euch aber noch was zeigen. Wir haben uns hier oben einen kleinen Punkt drauf gemacht, damit wir wissen, wo oben ist bei der Kamera. Und dann gehen wir jetzt mal weg von dem Karton und ihr seht, dass das Bild auf dem Handy sehr unscharf ist. Aber wenn wir wieder rangehen, wird es immer schärfer. Das kommt, da diese Kamera einen Fixfokus hat von drei Zentimeter. Das heißt, wenn wir drei Zentimeter weg sind vom Karton, fängt die Kamera scharf zu werden. Das seht ihr hier auf dem Handy. Ich muss das mal so hinlegen, dass ihr das so sehen könnt hier. Hier, ihr seht das, scharf und umso näher wir rangehen, umso schärfer Wert ist. Und umso weiter wir weggehen aber von dem Karton, umso unschärfer Wert ist. Irgendwann hat es eine Unschärfe, die ist nicht mehr feierlich. Ja, dann noch was zur Kamera. Momentan ist das Licht aus. Das möchte ich euch hier zeigen. Und jetzt können wir hier an dem Drehregler, hier, das Licht heller machen. Seht ihr das? Ja, das ist aber auch nur von Glimm bis aus. Na, seht ihr? Aus. Und dann glimmt das nur so ein bisschen und dann ganz schwer einzustellen. Hier der letzte Moment. Aber ich möchte euch zeigen, inwiefern das was bringt. Wir sehen ja hier das Handybild. Und jetzt gehe ich mal hier in den Karton rein. Und ja, weil der Karton beleuchtet ist von innen, seht ihr was? Aber jetzt mache ich den Karton mal zu. Und ja, ist ein bisschen schwierig, wenn hier Licht ist, ne? Lul. Ich suche mal kurz was. Und jetzt gehen wir mal hier in den Karton rein. Ich halte die Kamera mal hier rein und ihr seht, ihr seht nichts, weil es ist dunkel im Karton. Jetzt drehen wir hier das Licht auf. Tada. Und schon können wir im Dunkeln hier erforschen, was hier drin ist in dem Karton. Und wie wir sehen, ist hier der Frame. Jetzt ist hier ein Loch, da kann ich durch. Und jetzt könnte man hier drin rumforschen. Was ist denn hier? Ah, da sehen wir den Frame. Und dann gehen wir mal ein bisschen weiter in dem dunklen Karton. Und ja, der Copter ist jetzt hier oben drauf. Wir gehen mal hier an die Seite. Und jetzt können wir hier in der Tüte sehen oder hier in dem Karton rein gucken, was denn hier so alles drin ist. Da sehen wir den Halter. Seht ihr? Und wenn ich jetzt aber das Licht ausmache, dann sehen wir gar nichts. Und wenn wir das Licht wieder einschalten, ist das Licht auch wieder da. Das heißt, wir können hier auch in dunklen Röhren genau sehen, was ist hier Phase, was ist hier drinne. Und dann funktioniert das Ganze. Was ich richtig gut finde ist, wir sind ja jetzt hier gerade im Karton, man kann direkt ein Foto machen oder man kann das Ganze auch mit dem Switch ein Video machen. Und schon filmt er das Ganze, was wir hier im Karton gerade sehen. Und das ist ziemlich gut sogar. Habt ihr ja gesehen. So, und dann gibt es aber auch diesen Moment, dass plötzlich während der Aufnahme einfach das Ganze abbricht. Und das ist mir schon öfter aufgefallen beim Testen mit Udo, dass während des Videos das einfach abbricht. Dann müsst ihr wieder auf Verbinden gehen und dann baut er die Verbindung wieder auf. Das kommt durch das Videoaufnehmen. Jetzt hab ich mal hier mal ein Raspberry Pi. Und jetzt nehmen wir mal kurz live hier auf. Und jetzt können wir schon sehen, über das Handy, wie stark hier das Licht leuchtet. Und jetzt kann ich ja hier mal das Licht ausschalten. Und dann sehen wir hier in der Kamera, können wir den Raspberry Pi uns angucken, innen drin. Und ihr seht hier so eine gewisse Unschärfe, auch in dem Video, was ich euch jetzt gerade einblende. Und das kommt, weil die Kamera hier noch nicht nah genug dran ist. Aber ich komme jetzt auch gerade nicht rein. Ja, hier sehen wir jetzt schon mal was. Gucken wir mal die andere Seite. Und können hier so ein bisschen durch die Löcher luschern. Und wir brauchen so einen gewissen Abstand, um hier die Schärfe zu kriegen. Aber wenn wir die haben, dann seht ihr, können wir alles super erkennen. Und das funktioniert echt gut. Also es funktioniert wirklich sehr, sehr, sehr gut. Guckt euch das an. Ich finde, das ist wirklich eine super Schärfe. Ich blende euch das Video mal nebenbei ein. Auch hier bei der Vorderseite. Ja, da seht ihr mal die Videoqualität. So. Und jetzt beende ich die Aufnahme mal, ohne dass es abstürzt. Ich mache mal ein Foto, dass ihr das sehen könnt. Natürlich schön scharf. Und dann switchen wir hier wieder. Und mache mal ein Foto, mal ohne Licht. Zack. Und auch mal von der Rückseite. Und mal mit der Femmium selber. Die hat ja hier unten auch einen Fotoknopf. Ich drücke die mal. Funktioniert auch. Ja, von dem Ding her sehr geil. Also wirklich sehr, sehr, sehr stark. Ich mache mal hier das Licht an bei der Bedienungsanleitung. Und wir schalten mal oder blättern mal die Bedienungsanleitung ein bisschen auf. Und dann könnt ihr hier auch nochmal sehen, wie scharf das Ganze hier angezeigt wird über das Handy. Und klar, wenn jetzt das Licht stört, dann schaltet man das Licht aus. Und dann funktioniert das Ganze aber sehr scharf. Ihr seht das ja am Handy. Das, was ihr am Handy seht, ist halt eben hier über die Kamera in meiner Hand. Und ja, sehr geiles Gadget. Wollte ich euch unbedingt nicht vorenthalten. Wollte ich euch unbedingt zeigen. Bei einem Disconnect einfach rausziehen. Jetzt möchte ich euch aber nochmal kurz was zeigen. Und zwar zieht ihr das Ganze hier ab. Zack. Und dann sagt er auch, ist rausgezogen worden. Jetzt stecke ich das Ganze nochmal rein. Und wie ihr seht, jetzt hat es funktioniert. Instant. Und er startet auch. Oder will. Jetzt habt ihr es vielleicht gerade gesehen. Guck mal hier. Seht ihr das? Was ist da los? Also, was? Und jetzt startet er. Und dann doch wieder nicht. Und also irgendwie ist das Ganze hier so ein bisschen mittelmäßig. Ich sage jetzt mal, für das Geld, was ich bezahlt habe, seht ihr das? Echt merkwürdig. Jetzt gehe ich raus, starte die App nochmal neu, verbinde und dann geht das. Also, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen? Irgendwie funktioniert es, aber irgendwie funktioniert es auch nicht. Und irgendwie funktioniert es auch nicht richtig gut. Es ist so eine Glückssache. Funktioniert es jetzt oder funktioniert es nicht? Gehen wir jetzt raus, beenden mal das Programm. Und schließen das Ganze ab. Und jetzt wieder ans Handy. Dann habt ihr vielleicht auch Pech, wie jetzt in diesem Fall. Jetzt geht gar nichts. Jetzt funktioniert es einfach nicht mehr. Jetzt klappt es nicht. Und das hatte ich ja auch eben vorhin die ganze Zeit, wo ich probiert habe, euch das zu zeigen. Jetzt habe ich wieder Pech gehabt. Und jetzt funktioniert es wieder nicht. Jetzt ist es wieder so eine Glückssache. Wann funktioniert das Tool wieder? Und das ist für mich eigentlich sehr unzuverlässig. Ich finde die Idee nämlich ziemlich geil. Hier, jetzt seht ihr das? Kürzlich verwendete App. Was geht hier ab? Also richtig merkwürdig. Jetzt starten wir mal die App und ich probiere es nochmal. Ihr seht, sehr unzuverlässig. Also wirklich sehr, sehr, sehr unzuverlässig. Ich probiere das jetzt ein paar Mal. Jetzt spackt hier wieder was ab. Seht ihr das? Ich weiß nicht. Also das Teil jetzt hier von Pearl kann ich euch wärmstens nicht empfehlen. Aber ich finde die Idee und deswegen habe ich dieses Video gemacht. Guckt euch das an. Das ist super unzuverlässig. Wieso funktioniert das jetzt nicht mehr? Ey, das ist auch immer ein komischer Kram hier. Das ist eine Glückssache, sage ich euch. Ich kriege es nicht mehr zum Laufen. Ich will das Video auch nicht in die Länge ziehen. Es funktioniert einfach nicht mehr. Das Ganze habe ich nicht am PC ausprobiert. Ich möchte auch ganz ehrlich das Teil nicht in meinen PC stecken. Es hat mir schon gereicht am Handy. Ich habe es mit dem Huawei von Udo probiert. Da hat das wie gesagt nur geleuchtet. Die App hat gar nicht funktioniert auf seinem Handy. Was ich mit diesem Video bezwecken möchte ist, ich wollte euch diese coole Sache oder diese geile Sache hier einmal zeigen, dass es vom Prinzip her eine richtig geile Geschichte ist hier mit einer Kamera und hier das Ganze über das Smartphone. Aber die Umsetzung hier in dem Fall von Pearl absolut der größte Flop ever. Ich werde euch in die Videobeschreibung einen Teil raussuchen, wo gute Resonanzen sind und wo das Preis-Leistung auch stimmt und wo das Ding auf jeden Fall definitiv funktioniert. Aber das hier, also auf der einen Seite, wenn ihr es für 4,90 Euro kriegt, würde ich sagen, kann man zuschlagen. Ansonsten lasst es wirklich. Also ich bin mehr als enttäuscht, weil die Benutzung einfach sehr unzufrieden ist. Aber wenn es mal funktioniert, und das ist wieder dieses blöde Wenn, Wenn, Wenn. Wenn es da mal geht, was es gerade echt nicht tut. Ich weiß nicht, das ist echt so eine Glückssache. Oh, wieso geht das jetzt nicht? Jetzt hat es gerade kurz geleuchtet. Jetzt hat es wieder kurz geleuchtet. Jetzt leuchtet es. Ihr habt gesehen, wie lange ich jetzt gebraucht habe, dass das wieder funktioniert. Und jetzt drücke ich auf Verbinden und dann geht es. Also, ja, wie gesagt, wer damit klarkommt, soll zugreifen. Wie gesagt, die vollen 26 Euro würde ich hier definitiv nicht bezahlen. Ich weiß nicht, wie das ganze Gerät am PC funktioniert, will ich aber ehrlich gesagt auch nicht am PC ausprobieren. Ich finde dieses Gadget mit dem Handy halt eben am besten, aber dann sollte es auch funktionieren. Gut, das war es hier mit meiner kleinen Vorstellung. Und, ja, mit meiner kleinen Vorstellung mit dem Pearl Endoscope HD Endoscope Kamerageschichte. Wenn sie richtig funktionieren würde, wäre es echt geil. Ja, ansonsten guckt doch mal in die Links rein. Da habe ich euch eine kleine Liste gemacht mit diesen Kameras für ein bisschen mehr Geld oder ein bisschen weniger. Aber die werden wohl einigermaßen gut funktionieren. Und das war es mit dem, mit der USB-HD Endoscope Kamera von Pearl. Auf euren Testlaser. Tschüss. Und das war es mit dem, 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 mit Untertitelung des ZDF für funk, 2017